So, willkommen zurück bei Thetnautica. Ja, hi. Ähm, das ist jetzt die erste Aufnahme, wo wir alles komplett aufnehmen und wahrscheinlich neu werden. Du siehst übrigens auch, ob die Aufnahme läuft an der Kontrollleuchte von der Festland, wenn die blinkt. Was zur Hölle? Äh, was? 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 Selbst gehen. Infiziert. Ja, toll, danke. Ja, was. Äh. Wir machen das Spiel aus, deinstallieren es und kommen nie wieder. Genau, erstmal. Ich hab, ähm, ich bin mit Below Zero jetzt soweit durch. Soweit wie es gerade geht, war das, ne? Ja. Okay, es ist aufgezeichnet. Ja, das ist auch normal, das letzte Spiel. Was haben wir hier denn, die Daten? Rettungscapsulieren. So, äh. Ich hab keine Ahnung mehr, was wir machen wollten, aber du hast dir ja so ein paar Notizen gemacht. Achso, ich dachte, wir lesen das jetzt vor. Achso, ich soll das vorlesen. Weil du gerade so Rettungscapsulieren, da dachte ich so, ah, Endes vor. Und dann hast du aufgehört und dachte ich so, what? Ne, ich hab geguckt, was du dir da anguckst, was neu ist. Und dann hab ich gesagt, naja, ja, 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 Rettungskapsel 4. Ah, okay, ja. Okay, von der Rettungskapsel 4 wurde ein Notsignal empfangen, aber die beigefügten Kandidaten sind unbrauchbar. Die letzten gefügbaren Bilddaten wurden gespeichert und analysiert. So, Auftriebskörper aktiviert, Kapsel auf Meereshöhe geortet. Kapsel befindet sich in unmittelbarer Nähe des radioaktiven Niederschlags der von der Aura. Aber Ursprung der Übertragung ungefähr 150 Meter nordwestlich von der mittleren Backbordseite der Aura. Okay. Ja, ich habe mir Notizen gemacht. Und zwar hatte ich gesagt, wir wollten zu die Galsiedlingens runtertauchen und die Aura reparieren. Ich sehe, wir haben Essen, wir haben Trinken. Ach ja, Trinken ist in der letzten. Oh ja, Trinken haben wir noch ein bisschen. Das haben wir auch. Und dann haben wir die hier ja Tieftauchregal gemacht. Tieftauchregal, ja. Die ist übrigens kaputt. Ja, die ist verwandt, vielleicht kaputt. Das sind die gerade vorher schon kaputt hier. Wahrscheinlich, ja. Äh, das ist ein Rettungskapten. Oi. Direkt klar kaputt. So, äh, genau. Die, äh, Signal vermutete Degasi-Basis. Das macht die doch mal, äh, orange oder so. Rot. Okay. Da muss ja irgendwo ein... Da ist noch rot davon. Da besuchen wir. Auf 250... Ach, wir können jetzt auf 300 runter. Ja, warte mal. Ich glaube aber... Ach, du meinst das... Ach ja, ach ja. Das festgebackte Ding. Hey, so finden wir auf jeden Fall das Kabel immer wieder. Ja. Du wolltest ihn dir nicht befallen. Ich glaube... So. Wenn wir nach unten besuchen, sind wir es nach. Ah, okay. Oh, oh, oh. Kein Wunder, dass das nicht festgebackt wird. Ja. Oh, und jetzt Richtung... Ach, da, wo sowieso hingeht. Hallo, Fischi, es tut uns nicht. Haben wir noch nicht diese Maske? Die Effiziente? Nein. Nein, ich meine nicht. Die Recycle-Maske. Nee, wir haben momentan Streinschutz. Ach, Streinschutz. Die, ja, ich weiß welche du meinst. Die Kreislauf-Taufgeräten. Ah, was ist denn? Komm mal, wir müssen das rum. Was denn? Ja. Da ist was, ja. Oh, was ist das? Liedchen. Hey. Hey. Na, aus! 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 Oh, ach, du fährst dich. Oui, der macht Schaden. So nicht wenig. Wo bist du? Ich messer dich weg! Äh, vielleicht solltest du erst mal gucken, was da... ...in dem Kasten ist. Oh, den hier mal gerne. Oh, wir müssen unbedingt mal mit dem, ähm, mit dem Kasten... Mit dem Kasten. Ja. Wenn wir ihn haben. Wie schön. Ich messer dich weg! Oh, ich hab... Ich hab... ...in... ...ins... ...in Below Zero... ...hab ich soo Viecher weggemessert. Und alles komplett ohne Cheese. Wir sind ein bisschen weg. Da liegt was. Links... ...links... 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 ...äh, Tastatur... Oh, merkst du es kaum? Ja. Ja. Dann brauchen wir. Hier ist... ...legt noch... ...was los. Warte, sag mal. Wir sollten einfach kurz zurückfluchen. Ja, ich bin mal darin gestorben, weil ich an diesen blöden Fingern festlegte. Wir können auch noch nie anfangen. Da liegt doch noch was. Oh nein, da liegt es halt in der Nadelstation. 1 vor 2. Da war nichts mehr. Was ist das für ein Wasserfilter? Oh, den brauchen wir. Danach sollten wir nochmal Luft holen. Oh ja. Komm, 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 komm. Können wir auch von der anderen Seite rein? Da, ach ja, da ist ein Loch. So, da bei den Tauchkapseln, da wo man auch sonst einsteigen kann. Das sind doch Löcher, oder nicht? Und da wäre noch was. Und das Glas ist immer schwer zu sagen. Ja. Erstmal aufsteigen, reparieren, wenn ich überall gegenfahre. Gut, dass du dich aufgefährst. So gut, dass ich nicht aufgefährst. Aber wie schlimm soll es erst werden, wenn ich mal Trecker fahre? Kann man hier? Nein, das ist Glas. Das ist alles Glas hier. Auch Glas. Können wir verarschen. Oh, das ist super gut. Wir sollten das nicht machen. Was? Das erkunden hier. Wir haben zu wenig Sauerstoff. Dafür brauchen wir das Kreislauf nehmen. was? Wenn man nicht immer gegen diese blöden Pflanzen schwimmen würde. Kann man die wegmachen? jetzt erstmal nicht so das hat gut wasser gekostet ja nein und dort nein die seemotte ist jetzt da unten und jetzt seht ihr etwas das nennt sich rage quit wir sollten das kreislaufgerät herstellen bevor wir da noch hingehen ja aber wir haben das hier ja das ist eine gute frage ja rettungskatze 4 blablub haben wir vorgewiesen ha ja jetzt können wir wesentlich angenehmer da tauchen und wir sollten ein paar mehr medikits mitnehmen ja mehr wasser ja aber da unten kriegen wir wenigstens den wasserfiltern ja ich weiß halt nicht ob ich jetzt irgendwie den cut mache von ja achso das war die reise dahin jetzt quasi einmal ja der hängt da sehr merkwürdig dem bumm gut ja die in der ja wir haben ihn gerettet Mit dem, wo man denkt, oh, das schneide ich raus, ne? Ja. Okay. Ich glaube, den Teil haben wir jetzt nicht rausgeschnitten. Oh! Wo bist du? Der haut schon wieder ab. Nein! Komm her! Komm her! Komm her! Kommst du da noch ran? Ertrunken, weil du die Seemotte nicht wiedergefunden hast. Das wäre was gewesen. So, da müsste noch ein paar Sachen liegen. Das ist mir jetzt was aufgefallen. Oh, hier unten liegt ein Fini, ey. Mal das Meiders Aufzeichen, mal ehrlich. Wir haben uns alles klar hier an, weil wir zurück in der Waffe sind. Tauchtauch-Pagmente. Achso, tauchtauch kann man ja schon. Ja, okay, da ist das Material. Da liegt doch was. Ich trage den Namen. Observatory. Hm. Man sollte eine Epilexienwarnung für diese Spiele rupacken. Hm. 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 Die klarer. Ich muss sagen, ich kann noch bis jetzt rum. Wirklich gut wird ja klar. Ja. Ja. Es tut. Wow. Oh, 30 Sekunden. Warum krieg ich mich tot von der Sache? Wasserfilter? Da auf dem Tisch liegt noch die Nachricht. Ich glaube draußen hat auch noch einen Abbruch. Können wir gleich holen. Nummer 2. Nummer 5 bis hinten in den Dings. Das heißt, 2 mussten hier noch irgendwo sein. Da ist ein Sackgasse. Dann gehen wir erstmal da rein. Oh ja, das Bett. Definitiv. Wir brauchen das Bett. Ja. Wenn wir alleine sind, brauchen wir das Doppelblätten. Kann man die Wände scan? Diese Blätter neben der Wand. Ja. Die sehen cool aus. Pflanzenkästen und Schöpfung. Pflanzenkästen und Schöpfung. Da liegt das. Come on. 6. Okay. Okay. Was, nein! Wir bisten zwei hintereinander gesporen. Och, nöö. Vielleicht sollten wir nächstes mal einmal manuell speichern, wenn wir angekommen sind. Messe schaffst. Bis dahin. Komm mal rein. Rein. Speichern. Messern. Komm her, du feige Sau. Wir brauchen das Gewehr. Oh, meinst du, man kann mit dem Gewehr die... Pflanzen? Nein, die... Also, damit... Das macht man hier so vorn. Ja, das ist genau ein Stasis. Achso, warum fühlst du mein Leben wieder auf? Äh, ich glaube, diese Pflanzen machen das nur temporär runter. Oh, guck. Also, das heilt sich wieder voll. Hier sind wir gestorben. Ja, ich glaube, hier drin hatten wir alles. Oder war da drin noch was? Die Steuerung von dem Spiel ist auch so ein bisschen ungenau, meine Frau, oder? Also, so sieht es zumindest aus. Nein, wir machen nicht schlecht. Ja. Ich glaube, hier drin ist nichts mehr. Ja. Hi. Yamaho. Ah, hier liegt... 3 oder 4. Ach, Bar Torgals ist ein anderer. Da ist nicht... Da ist noch was, links... Da ist es. Da. Ja. Nein! Was? Ihr... Sie wird die ganze Zeit angegriffen. Wir sind bald fertig. Wir müssen... haben nur noch das... Datalog in der einen... Abgebrochenen links. So. Integrate new PDA data. Dann sollten wir nochmal drum rum schwimmen, was wir heute noch mal sehen. Ja. Ah. Energiezellenladestation, ja das wäre natürlich. Kernreaktor. Das ist leer. Ja, da waren wir drin, da hatten wir das Ding. Ja, oh, noch eine Nachricht. Da ist noch was. Da ist noch was. Scheinwerke. Da oben ist eine Kiste. Das ist sehr fachmisch. Neuer Bauplan. Stab ist leer. Ja. Neuer Bauplan. Acquired. Okay. Oh, diese Filze kannst du noch scannen. Die kleinen. Wie groß geht auch. Ja. Halt du mal da. Wir sollten langsam zurück. Das Richtige zu Essen holen.